Und mit Steffen Baumgart steigt der HSV auf. Die zweite Liga, wie jedes Jahr ein Durchlauferhitzer. Was ist da nicht alles möglich zum Thema Aufstieg und Abstieg? Das wollen wir mit euch diskutieren und wollen natürlich auch eure Kommentare und eure Favoriten auf den Auf- und Abstieg haben. Das Ganze kommt in die Show mit Marcello. Guten Morgen, Carsten. Sehr seriös kommt er gerade rüber. Also, bis Platz 10, behaupte ich mal, ist noch alles möglich, was den Aufstieg betrifft. Aktuell sind wir ja im Hohen Norden auch mit drei Vereinen ganz oben vertreten, nämlich Kiel, St. Pauli und der HSV. Steigen die alle drei auf? Nein, die werden nicht alle drei aufsteigen. Ich sage dir auch warum, weil ich glaube, dass tatsächlich Kiel am ehesten noch ein bisschen schwächeln wird. St. Pauli ist für mich der Top-Aufstiegskandidat. Da haben wir aktuell eine Quote von 1,80, dass sie den Aufstieg schaffen. Die wirken auf mich einfach als die stabilste, reifeste Mannschaft. Auch wenn es vor der Winterpause so ein paar Negativerlebnisse gab, haben da doch ein paar einfache Punkte liegen lassen, sind sie für mich die beste Defensivmannschaft. Sie haben den wahrscheinlich besten Trainer, wenn man das so sagen darf. Und sie sind vor allen Dingen noch komplett ungeschlagen. Und das in dieser starken, ausgeglichenen zweiten Liga. Deswegen St. Pauli geht durch, sehen die Buchmacher auch so. 1,80. Die Quote Kiel, da haben wir aktuell eine Quote von 2,37. Das heißt, auch da sind die Buchmacher ein bisschen skeptisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen ernster genommen werden in der Rückrunde, als der Hinrunde. Und deswegen sehe ich momentan tatsächlich den HSV eher vor Kiel. Aha, das ist ja spannend. Also du meinst, trotz Tim Walter steigen die diesmal auf? Also ich würde jetzt nicht sagen, wegen Tim Walter steigen sie auf. Ich würde aber auch nicht sagen, trotz Tim Walter steigen sie auf. Allerdings will ich gar nicht so ausschließen, dass es vielleicht mit einem anderen Trainer zum Aufstieg klappt. Ja, also mal überlegen. Walter findet die ersten beiden Spiele. Steffen Baumgart kommt als neuer Trainer des HSV. Das wollt ihr ja schon immer mal machen. Das ist ja sein Lieblingsverein. Und mit Steffen Baumgart steigt der HSV auf. Das wäre doch eine super Geschichte. Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so kommen wird. Ja, was sind eure Meinungen? Steffen Baumgart als Walter-Nachfolger. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Fakt ist, auf den HSV gibt es momentan eine Quote von 2,10. Das heißt, die Buchmacher sehen ebenfalls den HSV vor Kiel. Und ich muss sagen, wenn der HSV die Auswärtsschwäche in den Griff bekommt, Auswärts haben sie ja, glaube ich, erst zwei Spiele gewinnen können, dann sind sie für mich tatsächlich qualitativ so hochwertig besetzt, haben mit Klatzel einen absoluten Top-Stürmer vorne drin, dass es dann endlich mal nach vielen, vielen Jahren zum Aufstieg reichen kann. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber sprechen wir noch über die anderen Kandidaten. Denn ich habe es ja eingangs gesagt, eigentlich bis Platz 10. Runter bis Nürnberg kann dann noch so viel passieren. Hannover, Düsseldorf, Hertha. Gibt es da Quoten oder Meinungen erst einmal von dir? Ja, du hast jetzt schon drei von vier potenziellen Kandidaten gesagt, die ich auch noch auf der Rechnung habe. Dazu gehört noch Fürth, die ja wirklich auch eine sehr konstante Hinterrunde gespielt haben. Nach einem ganz, ganz schlechten Auftrag kam, glaube ich, das erste Spiel 0 zu 5 damals verloren gegen Paderborn. Lief es zeitweise richtig gut, war zeitweise auch eine gewisse Anzahl an Spielen ungeschlagen. Defensiv sehr gut gearbeitet, haben auch viele knappe Spiele für sich entscheiden können. Sind qualitativ ebenfalls gut einzuschätzen. Haben eine junge Mannschaft, die sich vielleicht nochmal weiterentwickeln kann in der Rückrunde. Und Düsseldorf, ja, mit dieser Kulisse im Rücken sind sie für mich auch einer der Kandidaten, die da oben mitmischen können. Hertha, die haben sich auch gefangen nach anfänglichen Schwierigkeiten, nach dem Umbruch im Sommer. Auch die haben natürlich extrem viel individuelle Qualität zu bieten. Da bleibt allerdings abzuwarten, ob Fabian Reze vielleicht noch den Verein verlässt im Winter. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Spieler bei den Herthalern. Und Hannover, die haben mich ein bisschen enttäuscht, möchte ich sagen. Also die haben wir eigentlich mit großen Vorschusslorbeeren ausgestattet vor der Saison. Aber die sind für mich eben nicht so konstant wie die anderen drei Mannschaften. Und deswegen gibt es momentan die Quoten 4,50 führt, 4,50 Düsseldorf. Das heißt, diese beiden Mannschaften werden hochgehandelt. Eine 8,0 auf die Hertha, wobei die natürlich eine Aufholjagd hingelegt haben. Und auch eine 8,0 für Hannover 96. Wir können in dieser Show natürlich nicht verzichten auf Kaiserslautern und Schalke. Ja, es wäre ziemlich utopisch, dass sie nochmal oben angreifen. Aber wer weiß, es sind Traditionsklubs. Jetzt ist Wilmotz da, eine Galleonsfigur. Der spielt natürlich nicht mehr mit. Das wäre das Schönste für die Schalker. Auf jeden Fall, vielleicht entwickelt sich ja da auch noch etwas, dass die tatsächlich nochmal in die obere Tabellenhälfte kommen. Oder siehst du die eher sogar im Abstiegskampf? Ja, Schalke wird nicht absteigen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Man hat schon eine Entwicklung gesehen unter Gerrards. Ich glaube, dass die Mannschaft momentan einfach gut beraten damit ist, kleinere Brötchen zu backen. Dass man einfach versucht, sich langsam peu a peu nach oben zu arbeiten. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr für den Aufstiegskampf reichen. Da lege ich mich auch schon mal fest. Ähnlich sieht das Ganze bei Kaiserslautern aus, Carsten. Die sind ja nach einem relativ guten Start unter Dirk Schuster komplett abgesackt. Ich glaube, dass Gramozis jetzt der richtige Trainer ist. Allerdings nicht der richtige Trainer, um aufzusteigen. Für Kaiserslautern wird es im Niemandsland der Tabelle um nichts gehen in dem verbleibenden Verlauf dieser Saison. Und wer dennoch darauf setzen möchte, dass Schalke oder Kaiserslautern aufsteigen, findet momentan eine Quote von 17,0 auf Schalke und eine Quote von 26,0 auf Kaiserslautern. Wobei, Carsten, ich sage, der Klassenerhalt der Duisburger ist wahrscheinlicher als der Aufstieg der Lauterer. Ja, darüber haben wir übrigens auch in der Drittliga-Prediction gesprochen mit Sascha Mölders. Also hören wir nicht auf Marcel, sondern bitte auf Sascha. Schaut es euch bitte an. Übrigens, hier könnt ihr etwas gewinnen ohne einen Cent-Einsatz. Und so geht's. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cash-Preise. Natürlich müssen wir auch über den Abstieg reden. Also, welche zwei steigen direkt ab? Wer geht in die Relegation? Marcel, hast du für Osnabrück noch Hoffnung? Ja, ich habe für Osnabrück noch Hoffnung. Und das liegt einfach daran, dass sie mit Uwe Koschinat jetzt einen Trainer verpflichtet haben, der erstmal wieder die alten Tugenden in den Vordergrund rückt. Also nicht, dass das Tobias Schweinsteiger nicht gemacht hat. Wir sind, glaube ich, einer Meinung, Carsten, dass die Osnabrücker qualitativ vielleicht die schlechteste Zweitligamannschaft haben. Aber Uwe Koschinat war schon immer in der Lage bei allen Mannschaften, wo er war, ein gewisses Selbstverständnis in die Leistung zu bringen, zumindest wenn es darum geht, Kampfeinsatz und Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Osnabrück, die zuletzt ganz gute Ergebnisse geliefert haben, zweimal Unentschieden gespielt haben, gegen St. Pauli und gegen die Hertha, vielleicht nochmal oben ran rücken. Allerdings ist der Rückstand auch schon beträchtlich, sodass es sicherlich knapp werden wird für Osnabrück. Ähnlich Braunschweig, muss man sagen, die auch mit guten Leistungen nochmal in die Winterpause gegangen sind. Das heißt nochmal neue Hoffnungen geschöpft haben. Allerdings muss man schon sagen, dass Osnabrück und Braunschweig sicherlich die beiden heißesten Kandidaten auf den Abstieg sind. Aber ich würde auch Rostock nicht außen vor lassen. Gut, für die Abstiegskandidaten gibt es keine Quoten. Also deshalb sind wir schon angelangt an unserer Tipprunde. Soll heißen, Marcel und ich, wir tippen Aufsteiger und Absteiger. Wer soll beginnen, Marcel? Alter Verschönheit. Dann bist du dran. Ja, lassen wir mal so stehen. Ich fange trotzdem an, Carsten. Für mich steigen auf St. Pauli, wie eben schon genannt, und der HSV. St. Pauli und der HSV steigen direkt auf. Düsseldorf kommt in die Relegation. Und Absteiger, Osnabrück, Rostock. Ja, ich glaube Braunschweig bleibt tatsächlich drin. Und die Relegation wird vielleicht sogar noch der SVW in Wiesbaden bestreiten müssen. Die haben zwischenzeitlich von einem extremen Lauf gelebt. Und die können tatsächlich noch mal durchgereicht werden, wenn gleich das momentan nicht unbedingt so aussieht, als würden sie noch mal nur die letzten drei rutschen müssen. Gut, ich sage auch, die beiden Hamburger Vereine steigen auf. Also St. Pauli und der HSV. Und dann sehe ich tatsächlich die alte Dame noch heranhinken auf den Relegationsplatz. Also da sehe ich noch eine kleine Überraschung. Absteiger für mich, Osnabrück, ja. Und auch Rostock, Relegation, Braunschweig. So, das war unsere kleine Zweitliga-Prediction. Und wie gesagt, wir freuen uns über eure Auf- und Absteiger und Kommentare. Und wünschen euch natürlich eine tolle Woche. Und wie gesagt, wir freuen uns über eure Auf- und Absteiger-Prediction. Und wie gesagt, wir freuen uns über eure Auf- und Absteiger-Prediction.